hallo und herzlich willkommen in einem neuen part von happy wheels ja letzten haben wir was im deutsches gesucht das was deutsches entschuldigung so deutsche level bauer haben wir gesucht und hatten wir das deutsche youtube christ das hatten wir ja das deutsche quest was was habe ich mit den fingern immer ich weiß auch nicht irgendwas habe ich mit meinen fingern ich weiß auch nicht verstehe ich nicht quiz ohne tod mit herausforderung am ende oder victory ja spaß der sounds wir fliegen die ohren weg mir fliegen die ohren weg ich weiß noch nicht wo das ist ein allgemeinwissen quiz viel spaß man stirbt nicht wenn man etwas falsch hat am ende kannst du weitermachen oder einfach victory nehmen von hinten oder was wie heißt der aktuelle US-Präsident obama da ist obama ja welcher berg ist höher greer aber zu spitz ich muss zuspitzen ja leise lauter victory der will weitermachen ja der will weitermachen äh ich sehe da was ich hab dezent angst wow oh oh verdammt oh oh wow hey Hey! Ich dachte, hier kann man nicht sterben. Ich weiß, ich bin der Einzige, der da stirbt. In einem Level, wo man eigentlich nicht sterben soll. Es ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Na gut, machen wir es mal neu, weil wir geschaut haben wir es ja eigentlich. Ohne Tod, ja. Ups. Muss ich auspixen. Entschuldigung, aber ohne Tod, weißt du, ich sterbe in einem Level, ohne... Was? Ich sterbe in einem Level, wo man nicht sterben soll. Warum? Das... Alter. Du deutsches YouTube-Quiz. Was? Entschuldigung. Oh man, ich weiß nicht, immer wenn ich so... Hi, das... Was ist ein deutsches YouTube-Quiz? Ja, mach ich... Man kennt zwar nicht alle YouTuber... Ich weiß... Wer hat da als... Na ja, Waru gewann... ... die meisten... Woher soll ich das wissen? Woher soll ich denn das wissen? What the fuck? Woher soll ich denn das wissen? Das ist doch... Das ist doch doof. Dann soll er was mit YouTubern machen, die man auch kennt? Ich meine gut... Oder die bekannt sind. Weißt du? Aber die sowas... Ich kenne hier keinen von den guten Männern. Ich kenne hier keinen von den... Ich kenne hier keinen von den guten Männern. Ey. Loll, ich habe überlebt. Alter, wie mega. Ich komme hier nicht weiter jetzt. Nein. Ich habe es zwar überlebt, bin aber tot. Oder ich komme nicht mehr raus. Das ist doch... Aber wie soll man... Ich kenne hier keinen... Außer ein paar Luten, aber... Wie sagt hier kein... Wie sagt hier kein... Wie sagt hier kein einziger Name was? Kein einziger. Welches dieser... Glieder hat mehr YouTube-Links. Ich habe es nur geraten. Oh Mann, meine Beine sind weg. Ich habe beide Beine verloren. Hilfe. Ich komme hier nicht raus. Diese scheiß Drecksmelonen. Ich hasse Melonen. Die sind viel zu gesund. Das mieter hoch. Ja, nein. Das ist doch scheiße, wenn die Beine weg sind. Kannst du mal deinen Arsch darauf legen, damit du da... Oh. Das sollte er jetzt zwar nicht. Blödes... Dieser dreckige... Wenn er springen soll, springt er nicht. Das ist immer so... Kannst du auch mal... Der springt nicht, wenn er soll, hier. Das ist doch krank. Ja, Alter. Wieso springt er... Ach, legt mich doch am Arsch. Legt mich doch am Arsch, Mann. Blöder Drecks... Dreckiger... Dreckiger... Ah, jetzt... So... Wailfug steht auf Startseite. Oben finden wir wieder aus. Meine Abos und... Alter, ich hasse das, Alter. Das ist so... Mann, wenn die Beine weg sind, Alter. Was willst du denn da machen, Mann? Das ist doch dem nicht. Nein, da wollte ich gar nicht... Jetzt schreien mir wieder tausend Leute über... Ich hole mich in den Fressen. Was? So. Oh, ich versuche mich jetzt zu beruhigen. Alter, ey. Ich wollte da gar nicht rein. Der ist da einfach reingefallen. Das ist doch dämlich. Du willst mich doch verarschen jetzt. Vergiss es. Scheiß, gewiss. Du kriegst ein D-Abo, Junge. So. So. Oh, nee. Wer schafft dieses BMX-Level? Natürlich ein Fahrrad. Was? Deutschland-Bike-Sets. Aber warum? Was soll das letzte Wort bedeuten? Was soll das? Was? Boah. Boah. Juhu. Boah. Alter. Wui. Boah. Boah, ist das da? Ho, ho, ho. Aber nicht ganz so schwer, da hättest du noch ein bisschen was einbauen können. Rein theoretisch. Deutschland. Nichts zu beschrieben. Ich hör mir das gern das Fahrrad mit dem Kind. Kann man hier auch weiter machen? Was ist da oben? Hätt ich lieber nicht geko... Hätt ich lieber nicht geko... Alter! Verdammt! Ist ein Maus? Ist ein Maus da? Ich hätte nicht geko... Was ist hier? Ach Leute, das... Ich... Ich... Ich will hier raus. Komm, komm, komm! Ah! Warte mal... Ich... Ich will mal... Alter, ich will das... Ich will hier raus. Schaff ich's hier raus? Ich will hier raus! Na gut! BAM! Ins Gesicht, Junge! Alter! Das ist doch dämlich! Hier muss man... Hier muss man ja nur suchen! Hier muss man ja nur suchen! Hier muss man ja nur mit Wege suchen! Oh! Oh! Kopf zertrümmert! не zu... Skalte. Ehh! Stimmt mal! Fall, 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 fall! Oieeeeh! Er... Ja! Das Kind soll mich jetzt auch nicht stören. Ich bin tot. Hier. Mann! Ich will das schaffen. Wir haben ihm im Plaisir gerade. Dass man hier nicht umdrehen kann. Ich habe meinen verloren. Wie ekelhaft. Ach nee, hoch geht ja gar nicht. Hä, wie soll man denn da? Ach so. Da kommt man gar nicht rein. Autsch. Entschuldige Sohn. Das ist ja unverstanden. Ich fasse es nicht. Klar, fliegt nochmal in die Luft. Aber man, ich will alles selber machen. Überlebe. Das hört sich ja wieder vielversprechend an. Überlebe. Was soll ich denn überleben? Äh. Ich gehe von der Plattform und überlebe. Was? Ja. Ich komme hier nicht mal runter. Alter. Techno. Man, wie soll ich denn hier runterkommen, Alter? Wie soll ich denn hier runterkommen? Ah. Das ist echt blöd gemacht. Was soll denn das? Und da das ein grüner Bildschirm ist, kann ich das ja rauskiehen. Und dann kann ich hier da im Hintergrund, hatte ich ja ein voll grünes Gesicht gerade. Ähm. Dann kann ich ja im Hintergrund meine Facecam legen. Geh runter. So. Autsch. Kann man hier grabben? Nein, man kann hier. Man kann hier die Welle grabben. Autsch. Ihh. Das Bein ist abgerissen. Weißt du, er schreit nur im ersten Moment, Alter. Ich würde die ganze Zeit nur schreien. Einfach nur. Weil das einfach nur weh tut. Verlier du mal ein Bein. Weißt du? Oh. 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 Überlebt. Cool. Ah. Krieg 4 Sterne. Was? Exit to mein Menü. Was haben wir denn noch? Deutsche Box. Die Deutsche Box. Äh. Ich. Ich weiß nicht, was ich damit habe. Ich hab keine Ahnung. Entschuldigung. So. Und ich bin nicht rechts. Weiß nicht. Soll nur auch nur Scherz sein. Ich bin blablabla. Ich entkomme. Soll entkommen? Ich. Die Flasche kann mir nicht entkommen. Schön fetten Eistee trinken. Schön fetten Eistee trinken. Erstmal fetten Eistee trinken. So. 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 Das wird auch erstmal die letzte Folge. Ge- Lebe ich noch? Äh. Ich glaube nicht. Wie soll ich denn das überleben? Alter. What the fuck? Nö. Das. Ja. Ja. Puh. Hm. German Quiz. Ich ne mal ne Fahrrad Jungen. Oder die. Oder die alte. Die. Ach. Die alte. Mal so geil. Die alte auf dem Motor und Dings. Da. Keine Ahnung. Ja. Die andere. Fail. Oh man. Da will man mal was anderes nehmen, weißt du. Den nehm ich denn? Den Poro Jungen? Oder? Ja der ist gut. Den kann man nehmen. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber. Wollte ich jetzt nicht, aber es war richtig. Ich wüsste nämlich nicht wie man hier bremst. Achso. Ja oben und unten ist bremsen. Das ist irgendwie blöd. Alter das ist doch. Das ist dämlich gelöst. Weil so bremsen kann man gar nicht. So krass. Wie heiß ich auf YouTube? Deine Mutter. Ne. Ja was soll ich das? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen, Alter? Keine Ahnung. Was? Was zum... Bam? Das muss wehgetan haben. das war viel glück viel greck viel greck vor allen dingen weißt du viel greck viel greck alter mein ich bin ich sondern ich bin wirklich nicht so einer der sagt hier der ich bin ich schreibe ja auch manchmal scheiße ich habe so eine groß kleinschreibungsschirche das ist ganz ich finde so lange man es noch lesen kann ist alles in ordnung und so was schweig viel greck deutschland ja aber warum was ist wow wow junger warum aber im rollstuhl so scheiße ich finde die rollstuhl scheiße der lässt sich so scheiße steuern einfach das level ist nicht so kurz wenn die antwort stelle ich auf die antwort was 99 und nö kein matte ich bin zudem nicht für matte taschenrechner weißt du kannst du die antwort weißt du was legt mich an der arsch oh man ist schon wieder es ist doch dem nicht so dem nicht das level was ist das denn scheiß ja gut ich bin auch noch schlechter und wenn ich noch rating so ist schon bei rating sortiert von leute ist mein erster der bitte nicht zu viel verlangen dann Wo fährt denn der hin? Tschüss! Und da fliegt er! Ah, ich geb mal 3. Du musst belogged in to vote. Muss ich mich einloggen um zu... Das wäre scheiße! Das wäre echt scheiße, wenn man das machen müsste. Ich will mich da nicht einloggen. Hm, schade. Deutschland tot, 3H, was? Sinnloser Name, aber egal. Wisst ihr wie das klingt? Das klingt lustlos! Und wenn der Level genauso lustlos ist, dann... Wieso kann man hier auswählen? Ah, hier kann ich die Tante nehmen! Ah, das ist doch nett! Ah, das klingt... Ah! 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 Ah, das klingt... Ah! Ich hab den Boden ber... Ach nee, ich bin tot! Oh, das ist doch scheiße! Das ist eine nette Idee, aber wie soll man das übernehmen, bitte? Wie soll man das übernehmen? Gleich nochmal. Na, 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 na? 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 Na, ja. Ich würde mich gerne mal hier anmelden, aber ich weiß nicht. Damit ich auch raten kann auch, ne? Das würde ich gerne machen, weil andere machen das nicht und ich weiß nicht. Deutschkampf. Wir finden Kämpferstern. Seid doch ein Stern. Was? Wen nehme ich denn? Guck mal den Bub. Kampf 2. Was? Sieht ja gesund aus. Oh, hier fliegen Herzen rum. Wie geil. Wow. Fahr da ruhig, Mensch. Hui. Flatsch. Oh. Alter. Voll die Schnitzelmaschine. Der da rumgeeiert ist. Voll geil. Guckt euch das Bein an, Alter. Das Bein gerade. Das Fahrrad ist auch lustig. Das Bein, Alter. Ich finde das so geil. Ich werde trotzdem raten. Das fand ich schon ganz gut. Ja. Dogging to vote. Ich muss eingedoggt an zum Voten, aber... Das ist gut. Kann man mich nicht anmelden? Ich weiß das gar nicht. Rauschen. Wo? 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 Wo waren wir denn eigentlich? Kampf. Oder der Kampfwunde. Machen wir mal Deutschland 2. opfgeschichten 2? Keine Beschreibung. Ohne Beschreibung. Leute schreibt doch mal eine Beschreibung dazu. Oh nein. Warten wir das nicht? Über wasし. Oder? Oooh. Nein. Boah. So langweilig. Das ist doch langweilig, aber gut, das ist ein Rollstuhl, dass ich es auch mache. Ich mag den Rollstuhl nicht so, weil... Bike Jump... My Body. Was? Oh, mit dem Kind, das ist ja auch super, das ist ja schön. Ah, nee, da kann ich jetzt nicht... Muss man so... Man muss hier rasen, oder? Wow! Oh, Alter! Was? Wieso man das denn überleben? Wieso man das denn überleben, Alter? War das denn schnell genug, oder was? Oh! Was? Warum? Motocross. Was? Och, Leute, schreibt doch mal ne Beschreibung dazu. Das ist doch dem nicht. Oh! Oh! Äh! Oh, häng mal da rum. Von mir aus. Nee, nee... Oh! Nee, nee... Alter, was flicht denn hier rum? Was zur Hölle? Hä? Oh, Mama... Ja, ist doch gut. Hier. Oh! Ich meine, Really, Alter, machen... Langzeit-Really... Wie! 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 Wer braucht schon Arme? Arme sind überbewertet. Wie der da rumfliegt, der... ...aam! zdrowo! ich bin so ich finde das nächste mal das nächste mal geile überleitung ja wenn euch das video gefallen hat könnt ihr daumen nach oben da lassen wenn ihr nichts mehr verpassen wollt könnt ihr mir abonnieren und sonst würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und ich muss jetzt erstmal das erste video rennen und das hochgeladen wird. Bis dann Leute!